Ich finde es im Übrigen auch gerade wieder total geil, dass alle so feiern, dass BlackRock jetzt einen scheiß Bitcoin-ETF ins Leben rufen möchte. Warum? Warum ist das so geil? Ich kann jetzt nicht nachvollziehen. Ich meine, Bitcoin, wofür brauchen wir BlackRock? Wir brauchen BlackRock nicht. Ganz im Gegenteil. Aber daran erkennt man auch wieder, wer in Bitcoin investiert ist, um reich zu werden. Und wer in Bitcoin investiert ist, wegen Bitcoin, wie Bitcoin funktioniert und warum Bitcoin überhaupt da ist. Wegen nämlich so einem Finanzriesen wie BlackRock. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Und ich glaube, die Leute, die sich darüber freuen, dass BlackRock jetzt in Bitcoin investiert und Bitcoin kauft und so einen ETF ins Leben rufen möchte, das sind eigentlich nur die, die an Bitcoin profitieren wollen massiv. und nicht an der Revolution, an der leisen Revolution teilhaben wollen. Das ist meine Vermutung. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, die Bankenkrise und was nicht alles auf diesem Planeten ständig passiert und dass diese Großinvestoren da eine große Rolle spielen, ja, und dass das alles eigentlich ja wegen denen passiert und dass die das alles planen und organisieren, das ist ja kein Geheimnis mehr. Also warum sollte ich mich darüber freuen, dass so eine Idioten, wegen denen Bitcoin überhaupt erst entstanden ist, jetzt ja anfangen, in Bitcoin zu investieren oder ihren Leuten die Möglichkeit geben wollen, in Bitcoin zu investieren. Wenn die Bitcoin kaufen wollen, dann können sie das machen wie jeder andere Arsch auch. Die sollen sich an der Börse anmelden und dann sollen sie sich ein Zeug auf eine Hardware-Wolle schicken und dann ist sie gut. Wofür brauchen wir BlackRock? Das brauchen wir nicht. Damit Bitcoin schneller steigt, das brauche ich nicht. Das will ich alles nicht. Und das regt mich halt auf. Bitcoin ist entstanden wegen so einen Leuten, ja, und eigentlich ist Bitcoin dafür da, um Menschen die Möglichkeit zu geben, die nicht an ein Bankkonto eröffnen können oder, ja, Geldtransaktionen tätigen können außerhalb von Bargeld und wo das korrupte Bankensystem den 30% klaut, wenn sie das in ihre Heimat schicken wollen. Dafür ist Bitcoin da, dafür ist Bitcoin Lightning da. Dass in Afrika die Leute nicht in die nächste große Hauptstadt fahren müssen, um da ein Bankkonto aufzumachen. Und höchstwahrscheinlich bekommen sie denn nicht mehr eins. Dafür ist Bitcoin da. Jeder hat ein Handy, jeder hat eine Möglichkeit, eine Wallet einzurichten und jeder kann Bitcoin empfangen und senden außerhalb diesem fucking System. Also warum bitte soll ich mich freuen, dass so eine Leute in Bitcoin investieren? Verstehe ich nicht. Es ist außerhalb dessen, warum ich Kryptowährungen geil finde. Ganz ehrlich. Das war meine Meinung dazu. Ich wollte mich gar nicht aufregen, aber ich habe auf Twitter so viel News gelesen, dass die ganze Community durch die Decke geht. Verstehe ich nicht. Es ist nicht meine Community. Es ist nicht meine Community. Ich distanziere mich von Bitcoin-Leuten, die sowas feiern. Ich distanziere mich von Bitcoin-Leuten.